Das Rennen gefahren nach dem Restart, plötzlich, wie er gemerkt hat, hallo, da ist noch ein Sieg drinnen, ist der Mexikaner erwacht und der hat da einen Kampfgeist in den Tag gelegt. Unglaublich, war auch der Schnellste, ich meine, die schnellste Runde hat man verloren, weil man wieder Hamilton gesehen hat, dass er keine Chance auf den dritten Platz hat, hat er sich zurückfallen lassen, hat die Batterie aufgeladen, es gibt extra PS und dadurch ist es dann dem Hamilton gelungen, die schnellste Runde zu fahren. Aber ein unglaublicher Kämpfer der Mexikaner und das war in der Schlussphase sicher das beste Rennen, das er für uns abgeliefert hat. Wir haben gehört, Max Verstappen, vier Siege am Red Bull Ring, aber der Sergio Perez dürfte auch gewinnen oder kommt ihr schon langsam in die Luxussituation, dass ihr euch was überlegen müsst bei zwei starken Fahrern, die die WM anführen? Naja, wir haben keine Rangbeordnung Nummer 1, Nummer 2 belohnt, aber das ist ganz simpel. Wenn er Weltmeister werden will, muss er den Max schlafen und das ist das Problem. Also von uns aus ist da keine Hemmnissschwelle oder irgendwas gegeben. Wunderbar, mit diesen Aussichten auf einen freien Wettkampf auch in eurem Team dürfen wir dich entlassen und bedanken uns für den Auftritt in dieser Racing Woche. Das war's, was wir haben. Das war's, was wir haben. Allein Wettbewerber, mit dem Räumen, was wir sind für den Räumen, dass wir ihn nicht schon seitdem, wir in den Räumenhaus zum Räumen,